Wissen macht Gesellschaft ist Titel der Textonia Gesprächsreihe, zu der ich Sie herzlich einladen möchte mitzudiskutieren. Wissenschaftler bewerten aktuelle Entwicklungen zu Themen der Bildung, Selbstbildung und Meinungsbildung und Vertreter der Politik und Wirtschaft liefern ihre Sichtweise. Auf der Facebook-Seite von Textonia können Sie Fragen an unsere Gäste richten, die ich versuchen werde in die Diskussion mit aufzunehmen. Auf dem Podium diskutieren unter anderem die Rektoren der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal, Jens Strackeljan und Andreas Geiger, Präsident der IHK Magdeburg Klaus Olbricht, die Bildungswissenschaftlerin Renate Girmes, Politologe Wolfgang Rentsch, der Medienwissenschaftler Renatus Schenkel, Bundestagsmitglied Burkhard Lischka, der Landesvorsitzende der Piratenpartei Sachsen-Anhalt Henning Lübbers, MDR-Moderatorin Susanne Brandt, der Redaktionsleiter der Days Konrad Engelhardt und Chefredakteur der Volksstimme Alois Köster. Diskutieren Sie mit und seien Sie herzlich willkommen in der Universitätsbibliothek in Magdeburg. Wir freuen uns auf Sie.